Herzlich Willkommen zum Livestream am 19.01.2016 Hier auf YouTube Centres Besser gesagt auf KKPC Player Immer noch hier auf dem Kanal Ich weiß nicht wie ich den Namen ändern kann und so Das wird glaube ich auch niemals klappen Ja Und wir zocken heute Abend auch wie schon im Titel drin steht Den Freebird Stream Abend Also wir spielen verschiedene Spiele von Freebird Games Eines der besten kleine Nierhäuser finde ich überhaupt Da mache ich Die bringen sehr gut emotionale Spiele raus und so Und ja Und da streamen wir jetzt den gesamten Abend Einfach mal alle Spiele die sie jetzt aktuell so haben In sagen wir mal anführungszeichen chronologisch Reihenfolge Es hat ein bisschen viel miteinander mal zu tun Bisschen Dramatisches, Trauriges etc. pp Das kann ja weg Da will ich jetzt nur kurz schon mal zeigen Was heute Abend überhaupt alles so läuft Und zwar als erstes spielen wir To The Moon Eins eigentlich das bunteste Game von Freebird Games Dann spielen wir die Sigmund Episoden 1 und 2 So zwei kleine Episodes So insgesamt 14 Minuten nochmal hier lang Wo es zwischen der Geschichte Zwischen To The Moon und To The Moon 2 gehen wird Oder wie es auch jetzt zukünftig heißt The Final Paradise Und dann zocken wir Lumbanei Freue ich mich auch jetzt schon mal speziell Naja ich weiß dass der Fischi da ist Hallo Fischi du gutartiger Virus Der immer hinter mir hängen her läuft Finde ich gut Hi Finde ich schön dass du wieder dabei bist So Ahja bevor ich jetzt hier irgendwie was mal zeigen möchte Wir haben ja noch knapp 15 Minuten Zeit Möchte ich mal euch ein Update Oder dir erstmal ein Update von meinem PC geben Denn ich hatte gestern ein Reparateur auch bei mir im Haus gehabt Der meinen neuen PC sich mal angesehen hat Oh Holly spielt heute Mir doch scheißegal Holly jetzt ein Lifesame hat Ich mache jetzt gerade selber ein Puh So Ich hoffe dass man das jetzt direkt auch sieht Hey Hallo Ich hoffe dass man das jetzt auch direkt so sieht Und dass mir jetzt nicht der PC flöten geht Die Technik ist Oh Hey ich möchte Na 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 Danke So warte mal Ich hoffe Warte mal Ich mache das mal runter Ich hoffe dass man das jetzt auch sieht Hier So sieht es gerade drinnen bei mir aus Bei meinem neuen PC Damit ich möchte auch nur kurz sehen Ob ich Ich glaube das nervt dann am Ende Aber hier Das haben wir gestern herausgefunden So sieht es in meinem PC Also bei meinem neuen PC aus Bei meiner neuen Festplatte Hier das ist total doof Denn weil das hier abgebrochen ist Hat das SME überhaupt nicht funktioniert Das ist der Strom zuvor zu meiner neuen Festplatte Und ich muss ehrlich sagen Durch diesen scheiß Schaden Funktioniert überhaupt nichts Wann mal ist es überhaupt Ja ich glaube aber du siehst es doppelt Oder Fischi Ich warte erstmal ab Dam 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 Jo man sieht es doppelt ey Oder Jo Ich hoffe dass man das Okay du siehst es nicht doppelt Okay Aber du siehst den Schaden Das ist so ein bisschen kacke Denn dadurch Ist bei meiner Festplatte Jetzt kurzschluss zur Gefahr Das heißt ich kann meinen PC Wieder nicht aktivieren Und wieder nicht machen Sonst hätte ich heute Auf dem neuen PC schon gestreamt Aber da kann man nichts machen Außer wütend Auf dem Protest uns weitermachen Naja So das wollte ich nur kurz zeigen Weil ich auch von meinem PC Letztes mal ein bisschen Pallavat habe Und jetzt Mache ich das wieder weg Kann das auch schließen Zum Mero Lied geht immer noch weiter Ja parallel Das will ich nur schon sagen Parallel läuft hier die ganze Zeit Die Musik der ganzen Spiele Die wir auch heute spielen werden Das ist aktuell gerade so der Titelsong Von Zum Mero Lied Auch so ein kleines feines abstraktes Indie Game Auf was ich mich auch schon freue So ich muss mal gerade gucken Notfalls muss ich gleich mal ein bisschen was cutten Ach ich spring mal kurz mit der Musik weiter Und dieses ewige Kling 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 Das geht mir langsam auf den Kick schon Auf das Spiel hier Also überzeugt die Musik die jetzt gerade Ja alle Spiele haben super Musik Also mir gefällt aber persönlich Das kann ich jetzt schon mal sagen Diese Musik am meisten Von A Bird Story Da habe ich mich total verliebt in diesem Spiel Auch weil das Ich sag mal das ist schon eines der traurigeren Spiele Besonders als Das ist ja kein Geheimnis mehr Das ist ja Theoretisch Das erste Kapitel von Final Paradise Auf was ich mich auch schon persönlich freue Und auf was ich jetzt schon seit knapp einem Jahr erwarte So einfach ist das ein Final Paradise Hoffentlich mal dass das dieses Jahr oder nächstes Jahr rauskommt Aber dazu will ich nicht so viel sagen Dazu kommt noch was am Ende Mehr will ich nicht dazu sagen Leute So Mehr spoilern will ich nicht So So Da 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 tam Da da tam tell homeland Dam 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 Da dam 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 Aber insgesamt Muss ich sagen Wie auch R Rischee schon sagt Alle Spiele haben klasse Musik Kein Zweifel Finde ich gut Ist auch genial Nur wirklich das hier hat wirklich am besten emotionalität bei mir drinnen heraufbespügel heraufbespügel so macht die musik du mal fragt was für spieler habt ihnen von games hiervon hier vom vom free battle jemals gespielt einfach mal in die kommentare reinhauen weil mich interessiert es mal ein bisschen für ja auch noch mal die zeit ein bisschen gerade unterbringen einfach mal so jetzt mal in die runde eingefragt falle schaue ich mal ein bisschen gerade noch mal auf twitter youtube und so weiter nach bing 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 b wissen muss ich schweigen also ich finde ich dass es die musik macht mich schon ein bisschen melodramatisch am ende man so So, parallel muss ich gerade 1, 2 Kombis noch mal kurz beantworten. Ich bin sofort für euch da. Moment, bitte. Ja, man sieht dich, Fischi, man sieht dich. Dann frage ich noch mal, lieber Fischi, also du bist jetzt hier gerade wirklich der Einzige hier gerade im Chip und das finde ich erst mal wirklich geil, dass du auch sehr immer da bist und wird dich noch mal gefragt. Nee, 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 kein Problem. Ach, kein Problem. So, hast du schon mal irgendwie ein Freebird-Game gezockt? To the Moon, Bird Story. Oder Ähnliches. Einfach mal so fragt. Ich würde es gerne wissen. Fischstäbchen, äh, was für, wo für Stäbchen? Für Stäbchen? Komm. 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 Das war's für heute. okay ich glaube du fandest auch zum und total so emotional wer das nicht findet der bekommt eins auf die nase so einfach ist es ein 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 So, Moment bitte. Ich muss nur kurz mal mal die Seite neu starten. Ach, diese ganze Musik, die ist geil. Die ist einfach nur Hammerkei erstmal. Naja, ich habe jetzt genüge... wobei, warte mal. Die lassen wir noch laufen und danach beginnen wir einfach das Spiel. Denn ich glaube, da haben wir erstmal genügend Zeit. Ein bisschen mal gesprochen. So einfach mal nochmal nach Themen und so weiter geguckt für dich. Oder für alle. Irgendwie so. Naja. Also persönlich, ich bin jetzt gehypt und freue mich jetzt auch wirklich, dass wir das jetzt alles durchziehen. So, dann kann ich das ja mal den Laufplan kurz runterziehen. Und wir beginnen auch gleich einfach mal. Ich warte nur noch kurz ab, bis die Musik vorbei ist. Hyper Hyper! Ja, Hyper Hyper! So, wupp. Halt und zieh von... Wörtsal lassen wir mal raus. Ist das so still? Naja. Naja. Ähm. Und wir beginnen jetzt einfach und spielen natürlich... Tulsa Moon zuerst. Wie ich schon garantiert habe. Muss nur erst kurz mal alles vorbereiten. Jo, perfekt. Ich hoffe, dass man da alles richtig sieht. Moment. Die Zähne... Hallo. Muss nur noch kurz die Zähne bearbeiten. Ja, so sieht man alles und da sieht man oben auch nicht den dämlichen Bildschirm. Dann packe ich euch mal an die Seite. Denn ich habe, wie gesagt, parallel auch den Chat immer offen. Naja, komm. Wir beginnen von vorne. Also, wenn es zu laut ist oder ihr hört mich nicht, dann einfach bitte mal in den Chat schreiben. Und wir beginnen einfach ganz von vorne. Also, einfach mal wieder ganz von vorne. Los geht's. Warte mal. Warte mal. Ich muss nur mal ein bisschen gucken, wie es am besten aussieht und so. Und guck mal, da sind die Sterne gewesen. So. Dann. 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 Natürlich lese ich noch mal alles vor. Wo bist du mit deinen Gedanken, Nile? Entschuldige vielmals, dass ich Heldenhaft versucht habe, dem plötzlich auftauchenden Eichhörnchen auszuweichen. Du hast es trotzdem überfahren. Oh. Du hast es überfahren und bist gegen einen Baum geknallt. Naja, nicht so schlimm. Der Wagen gehört der Agentur. Machst du Witze? Der Chef wird uns umbringen. Wir sagen einfach, wir hätten einen Hundewelpen gerettet. Er mag doch kleine Hunde, oder? Er ist eher ein Katzentyp. Warum muss immer alles so kompliziert sein? Na gut, wir haben seinen Lieblingsfeldkneugel gerettet. So, Grieße abgewendet. Gut. Das kannst du dann alles in den Begriff schreiben. Lass uns die Ausrüstung aus dem Wagen holen und losgehen. Jo. Dann holen wir das alles nochmal raus. Also, das kennen wir ja schon vom Sonntag. Habt das Mist, Ding. Lass uns losgehen. Hey, warte mal. Was ist mit dem Auto? Ich wollte nur sicher gehen, dass du es nicht vergisst. Ja, ja. Würde ich jetzt auch sagen. Wie du immer an mich denkst. So. Ich will ja hier ein bisschen schneller machen. Wir kennen das ja alles schon. Wer hat da einen Festblock hingelegt? Vielleicht ist es ihr Sicherheitssystem. Zur Gurke nochmal. Unsere Zeit ist kostbar für so weichen Quatsch. Versuchen wir ihn aus dem Weg zu räumen. Vielleicht können wir auch ein Ast als Heber benutzen. Moment mal. Oder wir machen einfach Feierabend und geben diesen Ding hier die Schuld. Ich will es mit dem Hand... Wir wissen ja hiermit, dass... Ich will die Mission abbrechen, dann ist es vorbei. Kein Lundlos. Wir bewegen den mit den Händen. Alles klar. Auf drei. Eins, zwei, drei. Hast du das auch gesehen? Was war das? Kein Felsbrocken. So viel steht fest. Naja. Wir müssen sowieso weiter. Wir können darüber später nochmal nachdenken. Ja, genau. Okay, dann geht's hoch. So, ich... Ich mach das jetzt hier mit der Maus weiterhin drin. So. Mom! Sie sind da! Hallo! Kein schlechter Ort, um in Renzus zu gehen. Was? Hm. Da geht noch was. Nachtschichten. Liebst du? Oder hast du sie? Du kennst ja ein Foto, du verdammte Nachteule. Wir müssen wahrscheinlich schon wieder eine Nacht durchmachen müssen. Weißt du? Ist mir klar. Und ich bezweifle, dass sie Kaffee haben. Hat dein Mund. Und... Und das Meerenrauschen wird unseren Ohren samt und spüren. Davon werde ich bei deinen Gefratschen sowieso nichts mitbekommen. Und die Augen niederfallen werden... Vergiss nicht unsere Ausrüstung, Idiot. Ich werde viel so schlecht bezahlt für das hier. Ich glaube, du wirst nicht mal überhaupt bezahlt. So. Und ab hier geht's richtig los. Akt 1. Ich habe es noch niemandem erzählt, aber... Ich habe immer gedacht, dass sie Leuchttürme sind. Doktor Watz und Miss... Äh, Doktor Rosalene. Nehme ich an. Ja. Kein Kaffee. Warte, 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 warte. Fischi, fischi, fischi. Ich muss dir... Ich ziehe dich runter. Dann kann ich dich immer besser lesen. So. Ich muss jetzt hier gerade wirklich mal ein bisschen schieben und ziehen und machen und tun. So. Danke, dass sie so kurzfristig hergekommen sind. Kein Problem. Ich bin selbst nicht gut dahin, Tode, vorherzusagen. Sind sie die Tochter des Patienten? Oh, nein. Ich bin nur die Pflegerin. Liegen mein Name. Und das sind meine beiden Kinder, Sarah und Tommy. Ich habe hier nicht gerade einen 8-Stunden-Job. Deshalb erlaubt uns Johnny hier zu wohnen. Ich nehme an. Dieser Johnny ist unser Mann. Johnny? Hören Sie. Wenn wir es hier mit einem Kind zu tun haben, dann sind wir nicht die Richtigen für sie. Nein, nein. Er möchte nur lieber so genannt werden. Er ist oben. Sein Arzt ist gerade bei ihm. Kommen Sie bitte mit. Also mal ehrlich, das ist ein schickes Haus. Also dann schnappen, schnapp dir deinen Koffer und los geht's. Wenn mein Rücken eines Tages schlapp macht, verklage ich dich auf Schadenersatz. Okay. Jo, Ausrüstung erhalten. Okay. Dann ab nach oben, bevor ich dieses Ding noch fallen lasse. Ah, guck mal. Jetzt steuere ich hier äh, die Ursmarlin nach oben. Äh, nein. Natürlich, komm. Okay. Sie sind weg. Ah ja, hier, Fischi. Nochmal zum Punkt Kaffee. Ich habe hier vor mir eine halbe Cola zu stehen. Ich glaube, die würde ich auch noch vertragen. So. Dann würde sie es auch überleben. Wer zuerst da ist, darf die Melodie spielen. Das ist nicht fair. Du hast mich geschubst. Gar nicht wahr. Egal. Du hast eh die langweiligen Noten. Oh. Für ihr Alter sind die Kinder richtig gut. Hey, du bist diejenige, die hier ständig erzählt, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Wobei ich rein zufällig derjenige bin, der das Gewicht äh, eines kleinen Meteoriten durch die Gegend schleppen darf. Ja, ja. Komm schon. Ach so. Ich geh runter. Hey! Worauf haben wir uns gerade geeinigt? Entschuldige, dass ich deinem schlaffen Ärmchen etwas Renig verschaffe. Komm. Okay. Toll, die Musik ist es vorbei. Das finde ich zum Kotzen. So, hallo Doc. Er ist nicht mehr ansprechbar. Aber wie es aussieht, tut er jetzt sein Bestes, um bei uns zu bleiben. Schwer zu sagen, wie viel Zeit ihnen bleibt, aber ich würde mich beeilen. Wollen wir es aufbauen? Ja, komm, ich setze jetzt die Maschine ab, sonst haut er weiter herum. Ja, dauert nur einen kurzen Augenblick. Sind Sie sicher, dass eine normale Steckdose für Ihre Zwecke ausreicht? Keine Sorge, wir sind die Fachleute auf diesem Gebiet. Oh Mist. Ich muss hier ein bisschen wirklich mit der Stimme arbeiten. Reine Routine. Ich teste nur, ob ihr aufpasst. Okay. Wie macht er sich? Wie macht er sich? Nicht so gut. Wenn Sie mich fragen, er hat noch einen oder zwei Tage. Das ist reichlich Zeit. Sie beide können Ihnen also jeden Wunsch erfüllen? Ja? Wir können es zumindest erfüllen. Bis jetzt haben wir es immer noch geschafft. Denn wir sind einfach der Wahnsinn. Also, wie lautet der Wunsch? Der Mond. Der Mond? Der Mond. Er möchte zum Mond fliegen. Der alte Knacker. Äh, die alten Knacker werden immer abgedrehter. Was? Also, ist das möglich? Kommt drauf an. Das Wort, das du suchst, heißt ja. Warum erzählen Sie nicht ein wenig über unseren Kunden hier? Tja, ich weiß nicht, äh, ich weiß eigentlich nicht sehr viel. Johnny ist ein selbstsamer Mensch. In zwei, in den zwei Jahren, die ich hier gearbeitet habe, hat er kaum gesprochen. Er hat sein Leben lang als Handwerker gearbeitet und seine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Mehr weiß ich auch nicht. Himmel nochmal, ich dachte, ich hätte mehr erfahren, wenn ich den verdammten Zeit, wenn ich der, wenn der, wenn ich sein verdammter Zeitungsjünger wäre. Sag, mach dir einfach an die Arbeit. Nun ja, ich denke, wenn Sie sich im Haus umsehen, können Sie noch einiges über ihn erfahren. Johnny hätte ja nichts dagegen. Er hat sie ja beide beauftragt. Gut, dann machen wir das. Also, wer von uns spielt, äh, beiden spielt direktiv? So, hier, ähm, Leute, ich hab bei meinem Let's Play Dr. Rosalena genommen, und ich nehme jetzt den Herrn Dr. Watts. Ich will mal sehen, vielleicht hat er irgendwie etwas anderes jetzt, also in einer ganz anderen Richtung der Geschichte. Da bin ich gespannt. Wir nehmen den Herrn Dr. Ich mach das. Ich habe mal den Sherlock Holmes in der Theater-Gegel gespielt. Du hast den Watson gespielt. Bah, das ist doch das Gleiche. Einfach hier konfigurieren, sie läuft von. Meine Kinder können sie herumführen. Sie sind wahrscheinlich unten am Piano. Okay, aber bevor ich jetzt irgendwie zu den Kindern gehe, ah, hier, hier stimmt, mit Rechtsklick konnte ich ja speichern und so. Ja, er ist der Beste. So, wir gehen mal erstmal aufs Klo. Schade, das geht nicht. Ah, komm, wir machen mal Licht aus. So, dann schauen wir uns mal um. Oh, warte mal, warte mal. Der hat, der hat ja noch ein bisschen zum Leben. Ein Ausfall medizinischer Fachtexte. Okay. Sein EKG schlägt immer noch. Ich bin, ich bin froh, er lebt aktuell noch. So, oh, gut, da ist etwas. Ups, das Gemälde zeigt ein Leuchtturm an der Küste. Das Gemälde zeigt eine Frau, sie hält etwas gelbes und blaues. Das Gemälde zeigt ein Tier oder etwas ähnliches. Das Gemälde zeigt drei Leute, die sich unterhalten. also ich will alles gründlich machen und werde notfalls, das muss ich jetzt auch schon mal sagen, warten Sie, kommen Sie noch einmal zu mir zurück. Ich habe hier etwas für Sie. Ähm, ja, ich möchte nur kurz noch sagen, falls, ich gucke parallel mal auf die Uhr, falls ein Spiel länger, hier, nehmen Sie das. ein kabelloses Kontrollmonitor. Damit wissen Sie jederzeit, wie es schon nicht geht. Ich hoffe, es hat kein Selbstverständnis zu haben. Für die habe ich nämlich ein Händchen. Okay. Ja, das ist jetzt aktiv und da oben sehen wir das. Notizen, das interessiert mich alles ein Scheißrekaktor. So, wo war ich? Ah ja, ähm, wenn jetzt zum Beispiel das Spiel hier länger dauert, als ich denke, ich habe jetzt in meiner Meinung mit zwei Stunden, dann werde ich höchstwahrscheinlich ähm, eines der beiden zusätzlichen Spiele, entweder Lumerly oder The Mirrorly ähm, ablasen, damit ich dann das letzte Spiel auch noch reinbekomme. Aber das dann entscheiden wir dann, wenn Zeit ist. Er sagt, er ist geplant, bis 20 Uhr Tuse Moon ein bisschen fertig zu bekommen. Wenn es länger dauert, länger dafür, werden dann andere Spiele dafür gestrichen. Wenn was dagegen ist, einfach schreiben. Notfalls sehen wir dann die Spiele irgendwann mal nach, dass ich die an einen anderen Tag spiele. Aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Wir wollen ja das Spiel erstmal durchkriegen hier. Bam, 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 bam. Kinder, ich muss mit euch mal sprechen. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Spielt ruhig weiter. Dann lassen Sie uns in Ruhe. Was wollen Sie? Führt mich durchs Haus. Hey, unsere Mom will... Hey, eure Mom will, dass ihr mich durchs Haus führt. Okay, vielleicht machen wir das. Äh, vielleicht? Ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Überzeugung. Das ist alles. Oder was meinst du, Tommy? Ja! In Ordnung, reden wir darüber. Was wollt ihr drei Käsehochs? Wir wollen eine Trillion Dollar. Oder die Zuckerstange, die Mom vor uns versteckt. Ja, oder die... Ähm, was? Da ist eine riesengroße Zuckerstange oben in den Regalfach, an der wir aber nicht rankommen. Sie liegt in der Küche. Mom hat sie dort vor uns versteckt, bis wir die Hausarbeiten erledigt haben. Holen Sie sie für uns, dann machen wir mit Ihnen eine Tour durch das Haus. Wie sieht's aus? Hm. Lass sie müssen, kommt, nein, ich bin nicht... Klar, ich hole sie. Ihr habt Glück, dass ich keine Lust habe, wieder die Treppe aufzurennen, sonst würde ich das eurer Mutter nicht erzählen. Die Küche ist rechts von der Treppe, holen Sie sie uns. Das ist fast wie eine schreckliche Quest und das gleich am frühen Abend. Das passt irgendwie gerade. Na ja, komm. Ich komme mich mal hier ein bisschen selbst gerade mal um. Gut, da haben wir ein Bad. Ich will mich nur mal ein bisschen noch selbst schon mal umgucken. Vielleicht finde ich das schon und kann den drei Käse hochs den Arsch versuchen, wer weiß. Ich glaube, hier war die Küche. Ja. Da ist die Zuckerstange. Wie, du kommst selbst nicht ran. Oh. Zuckerstange erhalten. Warte mal. Jawohl. Das ist simpler, als einen gelähmten Kind den Lolli zu rauben. Ey, der ist mir wirklich schon sympathisch. Komm mal ja. Machst du bitte mal an. Oh Gott. Äh, komm. Wir lassen es aus. So, hier drei Käse hochs. Alles klar, Kinderschön. Ich musste viele Gefahren trotzen, aber nun habe ich die Zuckerstange. Vermutlich ist sie ein Jahrzehnt alt und schmeckt wie alter Fußboden, aber man kann sie wunderbar als Gehstock benutzen. Gut. Wo fangen wir an? Ich weiß, da ist ein seltsamer Raum im Keller. Ich mag den seltsamen Raum nicht. Ähm, welcher seltsamer Raum? Sie werden schon sehen. Er ist gruselig. Okay, das ist glaube ich jetzt das falsche Spiel mit dem Lachen und so. Wir brauchen aber den Schlüssel. Der Eitemann hat sie in einem Buch im Arbeitszimmer versteckt. Okay. Kinder, kommt mit. Ihr könnt unterwegs die Süßigkeit essen. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicken Bruch des obersten Regards. Okay, dann gehen wir hin. Wobei, warte mal, wir gucken uns mal noch um. Was haben denn hier? Der Kaisers neuen Kleider von Hans Christian Andersen. Eine Passage lesen. Und die Farben, die Farben dieses edlenden Stoffes. Etwas Schöneres habe ich noch nie gesehen. sie alle versuchten, ihre Enttäuschung zu überspielen, dass sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Kind aus dem Volk, der nun sah, was seine Augen ihm zeigten, ging nah an Kutsche heran. Aber er hat doch gar nichts an, sagte der Junge. Rät doch kein Unsinn, ermahnte der Vater ihn. Aber die Umstehenden haben den Jungen gehört und die Nachricht machte recht die Runde. Aber das finde ich schön. Okay. Buch zurückstellen. So. Der Pilger Handbuch für Origami. Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Indem du keinen Origami verhilst du Vogel. Blablablabla Der Pilger Handbuch der Organe Kunst ist bereits die größte Wikipedia Origami nach als Schandertwerke sammelt gewiss sammelt das Wissen über die Kunst des Papier Feisens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifel auf der Natur und reich ungenau sein und bietet es ein Vorhaber selber lesen macht die Könnte machen weiter lesen Blablabla 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 lesen das natürlich vielleicht das nächste Mal aber ein Zimmerschluss erhalten denn man weiß wo man Sachen versteckt so Kinderlein ich möchte euch was von das vorlesen Tom Tommy hat immer Bücher nach mir geworfen und Dante ist eine Bücherschlacht bis ich eines Tages mal zurück geworfen habe dann braucht er einen Flasser so Tommy was sagst du dazu nur ein Haufen Bücher hier drin da steht eh nichts drin was ich noch nicht weiß okay Tommy dann erklär mir bitte mal wie ein Zombie Feichendüfte auflösen kann Mensch 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 so wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen okay dann gehen wir in den Keller oder das ist jetzt das hier ist der Keller hier spielen wir immer verstecken halten sie das licht an damit sie nicht stolpern okay was haben wir hier äh an mor bücher okay komm wie sowas die Tür ist abgeschlossen die Tür wurde mit den Zimmerschlüssel geöffnet ähm okay wir gehen rein das ist hier ja hier wie in eine Höhle da ist das Licht okay what the fuck achso ich kann hier steuern ein Hase der aufs Papier äh aufs Papier gefaltet ich glaube Fischi ich hatte bei der Szene das erste Mal wirklich dann so muffen so und ich habe gedacht what the fuck habe ich jetzt ein Horrorspiel geholt ich glaube ich glaube bei dir war es glaube auch oder ein Plüschnabetier was für eine klein abstoßende kleine Kreatur äh ich nehme sie natürlich mit ja kommt nehmen wir mit ich glaube würden jetzt die ganzen Viecher aufstehen und mich jagen eine kaputte Spieluhr komm Licht ausgehen ja haben sie es gesehen was wisst ihr Racker über die ganzen Hasen nichts der alte Mann wollte nicht dass jemand reingeht also haben wir es ihnen nie gesagt es gibt so mehr davon wo im verlassenen Leuchtturm der ist direkt an der Klippe wollen wir hingehen ich habe den Schlüssel lasst mich raten ihr habt ihn auch irgendwo beim spielen gefunden wir machen mich selbst nein bewahre keine abgeschlossenen Dinge in der von Kindern auf also wollen wir zum Leuchtturm nun ja es ist ziemlich windig draußen aber was habe ich damals gemacht ich glaube wir gehen wir gehen zum Leuchtturm ach zur hölle ich bin dr wats ein bisschen wind kann mich nicht abhalten also los lasst uns den Leuchtturm aufmischen ok also wir gehen kinder jakeren ziehen wir gehen jetzt spazieren ich muss mich jetzt kann nochmal hier ein bisschen orientieren wenn es ein bisschen rückelt ich stream immer mit 30 fps nur da ist er da ist er wir müssen in Richtung Straße und dann kommen auf den anderen Weg um dorthin zu kommen tja meinen Fallschirm habe ich leider vergessen wieso habt ihr keine super kräfte könnt ihr nicht darunter springen ihr kinder so so da ja da 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 mal gucken ob wir auch die anderen kleinen Easter Eggs so bekommen da ist er was mein ultra cooler Fußball äh Strandball ich dachte ich hätte ihn verloren aha der ist doch eh äh doof ich werde dich nie wieder verlieren ich verstecke ihn guck weg hört zu wir haben dafür wirklich keine Zeit okay fertig so und nun gehen wir Richtung Leuchtturm okay der Fußball ist rück der hat ihn wirklich gut versteckt wow warte mal ich habe was bekommen okay nice ich bekomme Parallelspiel Karten es quälmt welcher Blödmann hat sein Auto geschrottet das war ähm doktor rosalena ja ah doctor rosalena Komm, wir gehen mal kurz zum Eichhörnchen. Wer hat das Eichhörnchen plattgefahren? Das war auch Dr. Rosalena. Sie ist schrecklich. So, gehen wir mal da hin. Oh, ein Eichhörnchen. Komm, wir lassen es schlafen, oder? Warte mal, komm, kann ich... Wo, 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 wo? Keine Panik, Kid. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich schmeiße ihn immer noch bei der Szene weg. Ich verteidige mich. Angriff ist die beste Verteidigung. Äh, äh, ähm, 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 hallo, ähm? Ähm, ich wollte eigentlich verteidigen. Zoom. Lautstärke des Schreis. Ippisch! Das ist dein Ende! Hey, ja! Aufhören! Oder wir sagen, dass... Aufhören! Oder wir sagen, dass die Tiere quälen. Ja. Sie wird die Polizei rufen. Ach, kommt schon. Ich wollte doch wirklich nicht. Ich dachte, ihr mögt Fantasy-Zeug. Sie sollen sich schämen! Lass es uns Teddy nennen. Okay. Lass uns einfach gehen. Für mich ist die Nacht gelaufen. Also, ich sag mal, das ist nice. Das finde ich, das ist ein Genese... Ach, die haben schöne Ideen reingebracht. Ähm, 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 Moment. Meine Stimme ein bisschen schmieren mit Cola. So. Dann gehen wir in den Leuchtung rein. Moment, was ist das da drüben? Ein Gedenken an Wither E. Wiles. Wither E. Wiles? Ähm, war sie Johnnys Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchtung ist da gleich vorne. Okay. Gehen wir mal rein. Ähm, Treppe laufen. Hm, hm, hm. Wow. Da sind sie. Okay, ein mehrfarbiger Papierhase. Hey. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss ihn da hingetan haben, bevor er wieder krank wurde. Zwei Farben. Hm. Bin ich eigentlich der Einzige, der von diesen Dingern eine Gänsehaut bekommt? Sind sie? Ja. Hihihi. Äh, was so? Da ruft mich jemand an. Ah, das hätte ich doch an können. Ja, ja, wir sind auf dem Weg. Bla, bla, bla. Hihihi. Okay, ab Marsch. Was den Hasen angeht. Ja gut, nehmen wir mit. Mm-hmm. Wie?